von euch gut so, schlecht so, scheiß so sehen die Hebebühnen noch in der Werkstatt ja ich weiß, ja die Hebebühnen müssen noch rein ich muss eben gucken wegen der Größe, weil das ist schon ein bisschen groß ja da passt das nicht da passt das nicht der Dreck, da passt gerade so rein das ist ja nur zum Spiegelen es ist ja nicht zum reinsitzen okay ich kaufe mir den Kreuz das reicht aber für den Hexler nicht du wolltest jetzt Mais machen oder? genau ich habe jetzt gedacht, ich habe keine Ahnung immer keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung keine Ahnung so ich habe jetzt einen Sch... soll ich wechseln? äh, nix hechseln was denn? was nix hechseln? so falls wir mal rumfahren der erstmal also ich stehe jetzt noch hechseln dann gehen wir halt rumfahren dann gehen wir halt zuerst mal zum Huf ne? ja deswegen halt ja dann fahren wir hinterher Slyssi guckt auch hinterher und dann ist es ok die Map zeigen ja also es ist noch nicht fertig nicht drängeln was, ich mach doch gar nix nein, du flüssig er hat mich von der Straße abgedrängt ey, du hast einen T8, der hatte so einen kleinen Samen besamen ich hätte mich echt besamen ja warte, willst du mir echt besamen? ja, 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 ja das sind meine Aufnahmen, nicht deine ja, 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 ja kannst du auch blinken? ah ja, ne, scheiße ja, weißt du ich hab jetzt nie besamt ist ok so die Straßen sind viel zu klein ja, das ist extra so gemacht so ne Bergstraße ja, ist richtig das ist richtig das haben sich die Zuschauer gewünscht ne, hügelige Map und da hab ich einen gemacht also hier, Huf, die du Huf, ne? so ein Huf so ein Huf Huf, Huf Huf also so Huf, Huf das Gebäude von innen sieht so keine Ahnung, wie soll ich sagen das ist eine Fabrikhalle ne, dieses ist weiße hier und von Indy, bisschen, für die ich nicht so da müssen beim Blumentapeten rein ja, genau das sieht so, so kahle aus ja, genau, das sieht so, so kahle aus ja, also ich mach für dich Blumentapeten dran also das, ja aber die Ding, äh, der Boote-Texture ist cool ja, grab'n ich verstehe, die Hoden-Texture sind gestört die Hoden-Texture es ist halt eng hier ne, es ist ja, ziemlich, ja da kannst du mit deiner großen Fahrzeuge ja, es geht, es geht, ich hab's probiert hier sind die Mumus, ja okay so ein alt Bauernhof ja, das ist, äh, das haben die kleinen Bauernhof wo ein bisschen eng ist eng, ja eng, ja äh, guck ihr mir das, das, den Wald hab ich so, hab ich das gesehen ist das echt auch wo hast du das gesehen? ja, wo wir ja nach Bülach gefahren sind ach so oder überall wo es so steil ist wie hier zum Beispiel sind Bäume ne, dass alles andere wurde gerodet gerodet ja, so hoch das, das sieht natürlich geil aus auch von Weitem mhm nur ist es hier ganz krass wenn du hier Bäume fällst also wirklich ja, da musst du fast schon ja geil, da kommst du nicht mit dem Harvester hin und so aber es sieht schon geil aus, finde ich mhm, doch schon cool fahren wir noch, ähm, unten durch, ne äh, ja fahren wir mal so durch, schnell aber die Grasdiktur, die ist ein bisschen krelle das ist die Standard ich finde die eigentlich schön mit Blümchen und so ja ja Vordringer sind die ja aber, sowas schuldig ja das ist super jetzt ist alles so eng hm hm ich mags, ich mags eng hm ja, das wollen die Leute weil die haben gesagt, das ist geil, also mit Kohli und alles uh na je, geht denn das sein, ne ey, verdammt jetzt ja, ich bin hängen geblieben äh äh ja 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 ja, du hast es so gebaut, also ja, du hast es so gebaut, also ich habe die Folge getragen ja, ja ja jetzt sind wir wieder hier vorne wo wir hochgefahren sind ja, da hab ich, vier Stunden lang hab ich gebaut an der Straße hier hoch vier Stunden vier Stunden vier Stunden bis sie den ganzen Boden alle angepasst hast was das ist alles Ast das Spiel und deshalb macht es ja keiner oder fast keiner und zwar mal Reit eigentlich geht es wieder bereitet das ist der Fall die ich also was ist das das nachgeleitet ob den extra unten gelassen weil wenn du jedes Mal mit dem Getreideanhänger hochfahren musst deshalb hier unten ist glaube ich besser oder du kannst schon da ablehren er kommt auf den Träger hin und so jetzt gehen wir mal an meine Lieblingsstrecke da bin ich stolz drauf hier hoch, ja die ist hüfen die Garnier da bin ich ein bisschen so dreckig nein, so richtig dreckig, da ist Lisi liebt dreckig jaa, der liebt das dreckig jaa, der liebt das dreckig ja fahr doch ja du fährst, du bist doch hier der Erzeugerschutzprogramm jaa, der Erzeugerschutzprogramm jaa, der Erzeugerschutzprogramm jaa, der kann nicht die Sachen euch geheben jaa, der ist eigentlich der euch die Märkte nicht doch rechts runter, stopp aui rechts runter, gucken hier sind noch ein paar Felder kann man dann unten fahren rechts von euch ist doch Zürich in der Nähe Nein es kann zu Recht rechts ist ähm der Waldhof und gewesen sind Der verstößt Bestand wenn wir sich nochmal aufnehmen nein 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 in der Tat ich bin jetzt ja wo kann man jetzt geben wir gehen jetzt zum neuen wo noch keiner gesehen hat aber jetzt zum Job zum Verkaufsstand und zum Lohnunternehmen und so bei der hinter mir wenn jemand der Läste von mir ich kann gerade nicht ich kann nicht ich kann nicht also hinter uns kommt man zum Wald wo wir vorhin gewesen sind ist der drinnen ja der ist drin aber das ist abweisend also am Anfang hast du sowieso die Felder hier jetzt dann später wenn man sie kaufen kann sind die Felder muss man die kaufen oder nicht aber das kommt später wenn ich alle habe das machst du jetzt rechts ist das Getreide abgeben das Röhrchen das Rohr den gehen wir mal zum Rewe ja irgendwo ja hier kann man auch dann Getreide verkaufen hier muss man dann Rückwärts reinfahren kriegst du dann aber viel weil man ja viel ja weil er rückwärts fahren muss du hast Rewe gesagt das steht aber netto ah ihr seid netto kein Rewe ich musste mich entscheiden zwischen Netto oder Rewe netto ja ist das scheißegal die kann man nee geht noch nicht ich geh noch nicht ich geh noch nicht ich geh noch nicht ich geh noch nicht der sagt der Platz ist besetzt aber irgendwie finde ich das gar nicht dass er besetzt ist aber hier kann man dann Dings kaufen beim Netto die Pflanzensetzlinge ah cool hab gedacht weil ich keinen Landhandel drin habe machen wir es beim Netto hat der auch Öffnungszeiten der hat Dauer geschlossen ne werd doch cool noch mit Öffnungszeiten äh Kostwagen rausschieben so fahr mal ja schieben ach so ja keine Kohl ja die wenn du Kohl die reinmachst schlagst dann so fahr mal schnell zum Lu ne dahinten hat es aber noch einen Fehler ne Texturfehler 8 wie wir Rett so ja gestört halt gerne ja 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 die ist es sehr heute geht aber immerhin MDR aber gleich runter aber rechtlich auf 30 wir haben wir nicht was keine Gebäude ist was denn die Höhe nicht an ja ich weiß gar das häuschen aber das ist realistisch groß. Ja, aber du, wenn du... Das ist aber realistisch grösser. Da kommst du gar nicht rein. Was? Wo kommst du nicht rein? Ins Haus, oder was? Halle, oder was? Ja, wenn du so einen großen Drescher hast. Oh, das passt schon. Geh mal weiter. Ups. Kannst auch nicht fahren. Ne, wir rutschen die Dinge. Das ist glatteis, weißt du. Ja. Schnell einen Abstecher. Einen kleinen Stecher hier zum Dings. Holz verkauft. Das ist auch wieder Holz. Texturfehler. Er hat noch... Wo ich exportiert hab. Ach so, du stechst also irgendwo rein? Ja, da ist. Eroberstecher, jetzt kommt er noch. Äh, ich bin gleich für euch da. Ich muss noch schnell den Telefon abbeenden, ja? Danke, bis gleich. Ja, bis gleich. So, mir... Es ließen nicht stoßen hier von hinten. Ich bin noch Sam, ich sah Sam. Ja, hier kann man auch noch hoch, wo ich bin. Ich besammelte mich auch gleich mal, mein Freund. Mit viel Liebe. Dankeschön. Hier an der Straße kannst du auch hochfahren, hier. Da kommst du zum Feld. Hier? Ja, hier. Und fahr mal schnell. Es ließ. Ja, auf zu besorgen, hier. Ja, ist ein kleiner Feldweg zum Feld. Wie hier auch. Ja, hier kommst du zum Feld, hier. Also, ich finde das ist das geilste Feld hier. Irgendwie sieht es hier voll greif aus. So fahren wir wieder und zurück. Hm? Ja, hier kommst du dann auch dahin, wo wir nachher hinfahren. Da muss man richtig aufpassen auf die Samen. Ja, oder? Alles realistisch. Fehlt nur noch das Wetter realistisch. Ja, geil. Schnee, Sturm. Ja. Boden. Hm. Hier kriegst du auch so spezielles Holz. Weißes Holz. Nee, das kriegst du nirgends auf der Welt. Weißes Holz. Ekelholz. Ja. Ja, das ist auch schön. Power by TuneWort. Nee, die Textur ist noch falsch. Die linken Seite geht es denn hier so. Kennst du das? Kennst du das? So die Dingsstraßen? Ja, das sieht man ja, wenn man Ding fährt. ETS. Ja, genau. Das sind auch so Dinger. Juki Springer. Dings. Lunch. 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 Jetzt ist er weg. Ja, wie fahren wir das denn? Na jetzt, geduscht ist mal. Das ist eigentlich nicht so ein Fahndes und zum Wandern, ja. Wandern? Da muss ich aber nicht so ein Fussgänger rein, man kommt. Ja, hallo, das kommt dann ja noch. Die Feuerwehr, lockerer rum, mit einem Treffer. Da hinten ist nämlich die Klippen, was dann da... Oh, okay. Die Klippen. Ja, die Klippen. Ja, die Klippen. Ja, die Klippen. Ja, die Klippen. Ja. Gibt's nur einer? Wie? Wie zwei? Es reicht, der Tank geht ja nie leer. So, hier sind wir unten. Rechts ist ja das Feld, wo wir oben fahren, vorhin. Wie kommen wir dann zur... Norddeutschland lässt grüßen. Ja, hier ist halt das Strand. Guck mal links. Wir haben da schon... Hier hoch muss man gucken, wenn ich hier so ein Rührchen. Immer wieder als Rührchen. Oh. Ja. Und rechts ist eben das Feld, wo wir vorhin angeguckt haben, wo wir hochgefahren sind. Ja, hinten gibt's noch... Ja, hinten gibt's noch... So ein Rühr, da muss man noch ein bisschen anpassen, aber das ist wohl geil. Sieht ihm gerne, als wenn es glänzt. Aber es kommt Wasser runter vom Berg. Und Wasserstoffblech. Oh, ok. Ist auch nicht schlecht. Ding, 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 ding. Aber du, Norddeutschland ist flachgellend vorne. Ja, das ist aber nicht Norddeutschland. Irgendwo Fantasymap. Flach, aber nicht wie flach, nicht immer flach, sondern weil... Nein, 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 nein. Aus... Na, wo ist das Stückchen? ja wo ist denn das jetzt? Ok, jetzt gehts los hier. So, wir kommen zu der BGA. Oh ja, die BGA, das gehört ja zum Herzstück. In der BGA läuft gar nichts. Nicht wirklich was. Aber die sieht irgendwie cool aus, find ich. Ist mir gut gelungen. Ich hab so viel Samen. Ja, 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 ja. Hier geradeaus kann man Dings verkaufen mit Stroh. Hab ich gedacht, mach ich gleich mal so. Ui. Ja, auf, auf, auf. Da kann man, kannst du Paletten, ja. Du musst an der Textur durch, müssen da irgendwas machen da. Sieht aus wie Rüben, sowas oder Kartoffeln. Nein, das ist, das ist der original Hackschnitzel-Ding, aber ich finde das jetzt passt eigentlich. So verkaufen. Kommt noch so ein Strohhaufen hin. Man sieht. Oder ein Schild oder irgendwie so ein Gescheiß. Gibt's nur eine Einfahrt? Ja, braucht man nicht mehr. Könnte es sein von hinten noch? Nee, von hinten gibt's nix hier. Von hinten, ja. Geht alles nur von vorne. Nee, ich hab keinen Platz von hinten. Okay. Da ist alles zugewachsen. Das kann man auch zweiterlich denken, Jun. Ja, das habe ich halt gesagt. Aber wie finden die ihr das jetzt? Von hinten, von vorne ist es ein bisschen zweiterlich gedacht eben, oder? Gibt's so. Ja, richtig. Du wolltest gerade eine Anspielung auf dem Frühjahrsfest machen, stimmt's? Ja, genau. Also ich finde den Teil hinten irgendwie geil. Oder? Ja. Also ich finde es auch schön mit den Zäunen und so. Ich hab das nur mit Giants abgeguckt, die Zäune alles zu. Also wenn die Map fertig ist, gibt es meine Map dann. Ja, ich finde die geil. Es ist flach lang. Hier links kannst du auch hochfahren. Es sind überall so kleine, dreckige, schmutzige Feldstraßen, ja. Okay. Ja, richtig dreckig. Aber das ist ein riesen Map. Nein, das ist nur die Hälfte. Die Hälfte einer originalen Map. Das kommt dir nur so vor, weil du überall rumfahren kannst. Also, außenrum. Und durch Quere. Ja. Dann haben wir hier links oben so ein kleines Wäldchen noch. Rechts kann man hier noch zum... Ja, nur wo fährst du, irgendwie weiß ich was. Mann. Ja, die Tür biegt einfach ab. Ohne zu blinken, ohne Schulter blinken, das geht doch ja nicht. Hier habe ich extra noch Saatgut und Dünger, weil das man nicht so weit fahren muss. Wo ist die Idee? Wo ist die Idee? Wo ist die Idee? Ja, wo ist die Idee? Es geht überall verteilt hier. Ja, aber mit deinen Fahrzeugen kommst du nicht wirklich da rein. Natürlich kommst du nicht da rein. Hey, das sind die Standardhallen von Giants. Ich finde die eigentlich schön. Die erste Halle, die mir gefällt. Guck mal hier. Du hast doch genug Platz. Du kannst alles vollstellen. Aber die große Fahrzeuge, gell? Ja, natürlich hat's Platz. Die wahrscheinlich nur für die kleineren. Naja, muss man sehen. Und den Mähdrescher kriegst du rein. Das Schneidewerk lässt du hier irgendwo oder da hinten. Das ist eigentlich kein Hof. Sondern eher so ein, ja, wenn du hier am arbeiten bist kannst du eine Gruppe hinstellen oder so. Was machst du denn da? Hier hoch geht's noch so, ähm, ja, Feldkürze, ne? Feldkürze. Das ist alles zum Vorstehen hier. Da kann man ja, muss man aber nicht. Ist einfach so eine Abgrenzung, das ist irgendwie ein bisschen... Na, natürlicher aussieht man das nicht. Ja, hier kannst du denn die Gülle-Zubringer hinstellen oder... Also, bei dir, tun wir, tun wir bei dir oben, ist nix natürlich. Ja, ja. Anzunehmen. Ja, die Alperfe. Ja. Was geben wir mal... Ist das jetzt Deutschland oder der Schweiz? Ein Fantasy-Map, sag ich jetzt. Wer zu wunden? Der Tune-Raw. Wäre genau. Okay. Nein, es ist keinem Aufbau, es ist einfach eine Fantasy-Map. Ah, ja, klar. Pink war für Unicorns auf Simulator-Stimulation oder wie. Ja. Deutsch-Schweiz. Ich stelle mir da bildlich vor, Ed, wie... Ich stelle mir da bildlich vor, wie er jetzt, äh, Dann gibt's das im Latte zusammen mit Zuckerstangen an der Seite, ne? Mit Zuckerstangen an der Seite, ne? Okay. Papier misst du das. Jetzt... 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 Jetzt gehen wir mal einen Schleichweg, wo ich, äh, gemacht hab, dass man nicht zu weit fahren muss. Okay. Also, dass man kleine Abkürzungen hat zum Shop. Weil das Zurücksetzen ist ja nicht hier hinten, sondern vorne, oder? Beim Hof. Mhm. Deshalb hab ich jetzt den Weg gemacht. Da gibt's dann noch hier... Ach, hör auf hier! Hm? Links gibt's dann hier noch so einen, ähm, Dings, was? Einen kleinen Bach, so einen Bergbach. Ah, okay, ja. Das wird geil. So wie bei den Two Rivers, so, wo du durch den Wald fährst. Und da macht der Kuckuck, 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 kuckuck. Ja, ja, genau. Und da ist auch kein Fach. Und auch ein Bach, andere. Ja, geil. Ja, geil. Ich wollte, die Krähen habe ich an die Fügel, die sind ja hier. Warte mal. Ich hab noch keine gesehen. Dann gehen wir mal zum Shop. Ich bin schon wünscht. Ich bin schon. Ach, den Kenner. Also, jetzt hör auf hier! Den der Saumbeständer hier. So, ich kriege mich heute. Wenn man jetzt hier auf hat, fickt. Wenn man jetzt jetzt das Pferd, komm mal zum Shop. Wenn man rechts fährt, kommen wir zum Shop. Oder? Ja. Und hier in dem Stall drin, oder Unterstand, ist auch noch Saatgut. Überall ist ja genau so verteilt, dass man nicht zu lange fahren muss. Das ist ja schwer zu langweilig. Ja, ja. Jetzt gehen wir wieder durch den Wald und dann kommen wir wieder zum Gehüfen. Das ist ja der grosse Wald, da kannst du wirklich lange holzen. Ja. Für die Winter. Entschuldigung. Naja, für die Winter. Für die Winter. Für die Winter. Der Wind für die Winter. Ups. Hat aber als ob dir einen ziehen lassen, ne? Naja, genau. Das ist ja mich nicht auf, gell? Das ist mega zu schweißegal, mega. Das glaube ich, deshalb hast du ja 200.000 Abonnenten, gell? Was hab ich? Ich hab bis zu 82, aber reicht mir auch ganz locker. Nein. Dann musst du auch einen Profi hören. Boah. Ich bin zwar fast schnell am Trecker fahren, danke. Das ist ja so lustig. So, jetzt sind wir wieder hier. Komm, fahr mal hinten rum. Ich bin noch am Downloaden, sorry. Ich hab vergessen runterzuladen. Aha. Was klappt denn runter? Na, was lag ich wohl runter, Mia? Ls15. Ls15. Ls15? Ls15? Hast du doch schon. Ja, durch den PC-Crash musste ich alles, musste ich ja alles leider Gottes namens vernichten lassen. Einfach weiterfahren, Sleezy. Ähm, brauche ich noch ne Mod irgendwie, oder sowas ne Art? Egal das, was im Download-Bereich ist. Wollt man Passwort? Passwort? Dann sag ich bestimmt nicht, wenn man mir geht aufnimmt. Also, ah, nur geht's noch. Da stimmst du mich, du fährst einfach gar nicht mal rein. Kann ich nicht, ich bin am Fahren. Du, Alter, fahr ich rein, machen Mammlicke an. Stell'n Mann kreuz hoch. Ne, ne. Hier hast du ein bisschen Kartoffeln in mir, Rekke. Ah, okay, ja. Das reicht, mehr brauchst du nicht hier, nee, kein Schweinemod drin. Das ist kein Schweine, Schatz. Das braucht man nicht, funktioniert eh nicht. Ich hätt gern Schweine, ne. Ne, das sind zu viele Fehler noch. Lisi, das ist ne Wand. Lisi? Lisi? Lisi, Lisi? Lisi, Lisi, Lisi. Lisi, Lisi. Lisi, Lisi. Hint der Blitz, hat er gar keine Koli. Oh, mein Gott, hier, wo sind wir denn die hier? Illegal, ein Bereich hier. Na, hier, komm mal getrogen. Ich seh'n Foto. Ja, fahr auf's ne Hand an, wa? Ja, eben. Ja, das sind eben die, wo ich gesagt hab, wo wir zuerst rückwärts geflogen sind. Da muss ich die Textur ändern, oder!!! Fliegen die aber sieht gut aus oder? Hm... So Möwe oder sowas Sind noch zwei vögel vor mir Ne das sind eigentlich, sollten eigentlich so Adler sein, aber muss eben mal gucken dass ich irgendwie so einen sound kriege auch noch für die vögel ja waya! 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 Genau das Herr Archie Mehrvolle Kräne hier Wisst Du? j00m Hj00m Könnt da so Bogenhage noch machen Pfff Drehst du ein Furz? Ist klar wie Cloona's Das ist ein Battlefield-Sound, weißt du? Ja, komm, Bruder, Karate! Ich bin gerade der Herrscher! So, jetzt sind wir wieder hier mehr. Das ist ja auch der Wald hier, wo wir gewesen sind. Ich stell mir grad bildlich vor, wie Chuga sagt, Achtung! Ich schmiss jetzt nicht mehr auf den Kohlkopf! Ja, ja. So, sind wir wieder hier. So, das war alles. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Cool. Ja, das ist aber... Ey! Das reicht vollkommen aus hier. Ich bin doch gleich mal. Wer braucht man nicht? Wer braucht schon 100 Felder, ey? Ich stell mir halt wirklich vor, wie jetzt schon dazu. Schatz, ich komm gleich wieder, ich hol schon, aber ich hol das Essen nach Hause. Wie jetzt? Ich hab... Wacker fahren. Immer kurz einkaufen, wisst du? Ja, ja, ja. Ist klar. Und du bist nach dem Trecker so, Hi, Schatz, bin gleich da für dich. Ja, danke! Voll abgedrängt hier. Oh! Oh, zu blinken! Gleich mal die Bullen holen. Kommst du nicht rein? Nee, ich rutsche. Ja, ich rutsche. Ja, ich rutsche. Ja, ich rutsche. Warte, komm mal hoch. Nee. Irgendwie ist der Typ grösser geworden seit der LS13. Bei LS13 konnte ich da durchlaufen, jetzt bei LS15 nicht mehr. Da muss ich halt den Ding... Nee, das ist einfach ein Boden. Ich wollte eigentlich das eigentlich so haben, dass man dauernd die Ballen auch hochmachen kann, aber irgendwie kann man die auch nicht mehr rumrollen, also bringt's auch nichts mehr, also muss man auch nicht mehr hochgehen. Ich meine hier von innen die Texturen, also Bohnen zum Beispiel ist das Bohnen, wo ist ein weißer Bohnen hier? Was weißer Bohnen? Weißer Bohnen hier. Ja, das ist... Ja, da kannst du ein brauner Bohnen machen, ein lila an die Wand, da hat ein rosa an die Wand. Ja, das klingt die. Ja. Ja, da klingt die Wände, ja. Genau. Der Spongspuck macht dazu. Oh. Ja. Stellt's mir grad bildlich vor, ey. Wir gehen die Wand immer in LFS-Style. LFS-Style. Die haben Vorhänge? Äh, ja. Oder so? Ja, so, so Dings, ja. Ah, nee, das sind so komische Bürovorhänge da. Ja, genau, ja. So, äh... Ist halt ein moderner Bauer, weißt du? Es gibt noch einiges zu tun hier hinten, da hinten habe ich noch leer, und da hinten noch leer, und da muss noch, und da muss noch... Aber die Vögel sind geil, wenn du hier stehst halt, denkst du einfach, hier so kommt so ein Riesenadler. Da bist du. Aber wenn du hier stehen bleibst, irgendwann kommen dann die großen, äh, Schatten wieder. Ja. Aber das was geil ist, was sie gemacht haben, ist, wenn du den Zug fahren lässt, dann synchronisiert das. Also, du siehst den Zug fahren. Ding. Machst du auch Dinosaurier rein. Genau. Dinosaurier rein. Das wär doch cool. So, aaaah. Egal. Ja, du kannst sie füttern, oder was? Mit Fleisch, du musst Kühe füttern, oder was? Ja, genau. Du kannst die Kühe füttern, oder was? Was machst du denn da? Jetzt macht er die Map kaputt. Oh, oh. Ah, das ließ ich ja alles gut machen hier. So, dann war's jetzt mal, äh, die Wertheim. Wenn ich mich richtig entsinne, ja. Aber ich, gibt's ja in Deutschland, gibt's dieses Dorf. Baumfeld. Wie sie erschlagen, alles okay. Das wäre eh, ich hab' mir im Griff ... Ah, du, sowas? Ja, die noch nicht wirken Unfortunately nicht, Ich sag' so, das war in Psi-Frauma. Und ich geb' ja- es habe ja schon oft von einem kleinenanyak humiliatorisch getroffen. Du hast always ich besorgt, ja, ich hab' das accessiblecmensor, was noch wissen was denn noch eins gibt. Weil ich welche, was denn da ist eigentlich... Ja, du h realIst eine Sache. Ich habe mich zwar alles mit dabei soosas. geil also und es kann doch mehr aufzuladen ja nur ich weiß nicht in der beileite ich hab's ja verpasst aber halt nicht so schlimm und was wird katsch das ja angucken genau alle erinnern also irgendwie scheiße alles was morgen morgen ist haben sie die bier in holm hoch und dann alle so ja geile vollkasse mit man katholisch stabile märkte richtig stabil aber er hat veränderte hoffen an den normalen hof ja was den Kuhhof und was den Kuhf an den normalen Hof gebaut richtig stabil Bruder fünf Sterne Luxus ist immer alles dabei dafür müsste es nur den Staupunkt ändern und erinnern also zum zum Beruf und kommt noch so unten einfach und eben okay dann wieder abgeschmutzten und er auch und danke für die Vorstellung und das bitte für bis zum nächsten Mal genau und schöne Weihnachten und hoff nicht so viel Leute ach jetzt bloß die hat aufgenommen hat's ja